Hey Leute, ich drehe heute ein Video, was ich bei Niki Tutorials gesehen habe. Und zwar hat sie ihr Full Face Make-up nur mit dem Make-up von ihrer Mama gemacht. Und ich dachte mir so, ich will das auch machen. Also meine Mutter interessiert sich schon für Make-up. Und ich habe mich gerade so ein bisschen umgeschaut bei ihr und habe folgende Sachen gefunden. Und bei Niki Tutorials hatte die Mutter auch nur irgendwie zwei, drei Pinsel. Und das sind all die Pinsel, die ich bei meiner Mom gefunden habe. Eine Sache, die extremst krass ist, sie hat einen Sponge. Ansonsten sind das alles ihre Make-up-Produkte, die sie täglich verwendet. Sie hat super viele Lippenstifte, ich habe nur so ihre Alltag-Lippenstifte genommen. Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Weil es gibt Sachen, da werdet ihr geschaut sein. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Meine Mutter hat keinen Primer. Das heißt, ich habe jetzt gerade Tagespflege drauf, Augenpflege, bla bla bla. Und fange dann direkt an mit der Foundation. Und es gibt eine Sache, die wir meiner Mutter besorgt haben. Und zwar eine anständige Foundation. Sie verwendet die Dior Forever Foundation. Das ist die 030. Das Krasse ist, sie hat es aufgebraucht. Seht ihr das? Da siehst du voll, wie viel Produkt hier noch drin ist. Damn, I'm proud. Ich kann Foundations nicht aufbrauchen. Und ich gehe jetzt ein bisschen einfach auf meine Hand drücken. Und ich würde das jetzt einfach so in mein Gesicht tupfen. Könnte sein, dass das dieselbe Norm ist. Obwohl meine Mutter viel heller als ich. Aber eigentlich können wir uns das Make-up gerne auch tollen, Mami. So, ich vermute mal, weil der Sponge so aussieht, wie er aussieht, dass sie damit ihre Foundation verblendet. Und der muss gewaschen werden. Der muss gewaschen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mal hell war und weiß und so. Oh mein Gott. Das ist voll rot. Das ist extrem rot. Ich sehe aus, als wäre ich gerade eben aus dem Urlaub gekommen. Ohne Spaß. Ich sehe voll braun aus. Kennt ihr noch von SpongeBob Larry? Ich bin gelogen, ich sehe aus wie Larry. Ich fühle mich wie Larry. Passend zu dieser Foundation haben wir ihr nämlich auch einen Concealer besorgt. Das ist auch der DiorScan Star Concealer. Wir tragen es einfach direkt so auf, wie wir es. Das ist so dunkel. Das ist viel so dunkel. Bei meiner Mama ist es eher so, sie schminkt sich eher so natürlich. Deckt immer so ein paar Sachen ab. Aber sie läuft auch eher oft ungeschminkt rum. Meine Mutter hat mir halt immer so gesagt, in unserer Familie haben wir alle hier so blasse Lippen. Und hier war es halt immer wichtig, dass man so Lippenstift oder Lippenbaum oder irgendwas auf den Lippen trägt, damit man einfach frisch aussieht. Früher wollte ich nie Make-up tragen. Und meine Mutter hat mich immer gezwungen, ich sage es euch, sie hat mein Gesicht so festgehalten, und mir Lippenstift aufgeschmiert, wenn wir auf Hochzeiten waren oder sonst was. Das habe ich so gehasst, ne? Extrems. Und jetzt denke ich mir so, ich habe eine ganze Schublade voll mit Lippenstiften. Also ich frage mich, ob das auch bei euch so war. Habt ihr am Anfang Make-up total gehasst und dann wurdet ihr irgendwie zum Make-up-Fan, weil bei mir war das extrem so auch in der Schule. So haben wir jetzt alles aufgetragen. Und ich habe ihr eine Sache super empfohlen. Und das ist auch die einzige Sache, die sie wirklich benutzt. Ich schenke ihr so viel Make-up und gebe ihr alles. Und am Ende liegt es wieder in meinem Zimmer, weil sie mir immer sagt, wenn ich das brauche, komme ich in dein Zimmer. Weil sie ist wirklich so, sie hat ihre Favoriten, wie jetzt zum Beispiel die Foundation. Und ich zeige euch gleich etwas, das ist ein Fossil, was sie vorher benutzt hat und immer noch benutzen wird, weil sie einfach darauf vertraut. Und sie will nichts Neues ausprobieren. Aber dieses Puder von Manhattan, das habe ich euch auch super oft empfohlen. Und anscheinend hat sie das... Nein, hat sie nicht. Ich mache das auf und es ist einfach mal nicht benutzt. Mom! Wie ich es schon gerade gesagt habe, sie bleibt einfach bei dem Alten. Und das Fossil, das ich euch gerade eben angekündigt habe, ist diese Palette von Mary Kay. Wenn ihr meine Anfangsvideos noch kennt, ich weiß gar nicht, ob ich die noch online habe. Ich habe sehr viel auf privat gestellt, weil es mir einfach peinlich war und sich das eh keiner angucken wird. Aber die Palette habe sogar ich benutzt. Und ich mache YouTube schon fast 6, 5 Jahre. Also ich vermute eher, dass sie dieses Puder immer benutzen. Ich merke gerade, dass das Highlighter sind. Hätte ich das damals gewusst. Ich nehme jetzt einfach hier so einen Pinsel, das ist einer von Zoeva, und trage ein bisschen Puder auf. Ich schwöre es euch, ich fühle mich gerade wie damals, wenn ich einfach das Make-up von meiner Mama geklaut habe. Und sie ist nicht weiter. Was meine Mutter nie im Leben benutzen würde, ist ein Bronzer, weil sie es einfach nicht schön findet, Schatten oder irgendwie so Kontur zu entzeugen. Weil in Indien ist das so, wirklich so ein Schönheitsideal ist, diese weiße oder helle Haut ohne Sommersprossen, ohne Pigmente oder ohne Schattenkontur. Wirklich dieses runde, süße, volle Gesicht. Das ist so ein Schönheitsideal in Indien. Und wenn du dann noch krasse Augen hast, ist das vor dem Bank. Deshalb würde ich jetzt auch nicht Kontur auftragen. Ich würde jetzt hier mir so ein Blush aussuchen. Ich glaube, ich würde eher das antragen. Ich nehme jetzt diesen kleinen Pinsel hier und werde Highlight auftragen, weil ich finde diesen Ton so schön. Das ist einfach so ein komplettes Weiß. Ich mische das so ein bisschen damit. Das sind ja so Duo-Dinger. Bin ich mal gespannt. Nicht schlecht. Ich nehme, glaube ich, meine Finger ist besser. Okay, ich habe übertrieben. So, ich glaube, diese Farbe kann ich benutzen, um meine Nase so ein bisschen zu konturieren. Leute, jetzt kommen wir zu etwas sehr Spaßigem. Und zwar Augenbrauen. Ich zupfe immer ihre Augenbrauen, aber sie fühlt sich die nicht so neutral. Sie fühlt sich die Augenbrauen extrem. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie schon diesen Stift hier benutzt. Den kriegst du nicht in Deutschland, den kriegst du in Indien. Also sie hat tonnenweise dieses Produkt rumliegen. Du drehst sie einfach so hoch. So. Dann kommt da so eine schwarze Mine raus. Die ist dann so angeschrägt. Und damit geht sie einfach zack, zack über ihre Augenbrauen. Und ich will sie jetzt damit nicht provozieren. Aber ich werde es jetzt genauso machen, wie sie es tut. Ich sage es euch heute, das kriegt ihr nie wieder ab. Also sie macht es eigentlich so. Sie setzt es hier so an. Und dann drückt es hier bis zum Ende. Ich glaube, ich werde mal die Spitze auch benutzen, damit ich das ein bisschen besser füllen kann. Hey, eigentlich ist das Produkt voll gut, merke ich gerade. Ich dachte immer, sie trägt es halt zu dick auf. Aber guck mal, ich kann euch das mal swatchen. Das ist gar nicht so hart, wie ich dachte. Wir machen jetzt weiter mit den Augen. Und ich bin schon glücklich. Obwohl nicht so glücklich. Es gibt keinen Blätterpinsel. Ich habe hier einen Pinsel von Ceva. Und gehe jetzt hier in diesen Ton, mit dem wir gerade eben unsere Nase konturiert haben. Damit werde ich jetzt versuchen, den Übergang zu kreieren. Zum Glück sind die Lidschatten von Mary Kay sehr, sehr gut pigmentiert. Die habe ich schon damals benutzt. Ich würde voll gerne mal in die Farben gehen, die sie öfters benutzt hat. Ich sehe gerade hier, dieses Lila zum Beispiel hat sie oft benutzt. Da gehen wir jetzt mal rein. Das Lila hat sich irgendwie so ganz dezent gezeigt. Jetzt gehe ich in diesen bronzigen Ton hier. Der kommt jetzt auf mein wirkliches Lid. So, ich gehe jetzt in diesen Ton hier. Und damit gehe ich jetzt unter die Augenbraue. Gehe in diesen Ton hier. Versuche ein bisschen so meinen Wimpernkranz zu verdichten. So, jetzt kommt die shocking news. Meine Mutter benutzt keine Wimperntusche. Wimperntusche hat sie dann nur aufgetragen, wenn wir auf Hochzeiten waren, auf Partys waren oder sonst was. Wirklich dann nur so eine Schicht. Meine Mutter hat ganz viele Kajalstifte in schwarz, in blau. Und ich habe diesen hier gefunden. Ich habe keine Ahnung, welche Marke das ist. Aber sie jetzt oft benutzt. Der kommt jetzt wirklich oben und unten auf die Wasserlinie. Und sie hat es mir beigebracht, das Ganze so aufzutragen, indem ich das einfach in mein Auge so anlehne. Ja, einfach rumsmudge. Das habe ich... Ja, und da passiert oft das. Das habe ich voll oft während der Realschulzeit gemacht, nach dem Sport. Und dann haben auch immer alle gesagt, bist du gestört? Wie kannst du das machen? Dein Auge, blablabla. Aber das geht voll gut. Das ist auch alles, was sie mit den Augen macht. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Auch ein Produkt aus Indien. Ein Lippenstift, den sie auch 50.000 Mal überhaupt in ihren Schubladen hat. Ja, ein grüner Lippenstift. Vielleicht habt ihr das ab und zu auch bei diesen Amazon-Lippenstift-Dingern auch gesehen. Weil ich habe das auch gesehen, aber ich kannte es schon damals viel früher wegen meiner Mom. Das benutzt man sehr, sehr oft in Indien. Weil es sieht zwar aus wie ein grüner Lippenstift, aber sobald du ihn aufträgst, ist es so ein richtig schöner pinker Ton. Jetzt sieht man den nicht, aber auch auf den Lippen. Es ist krass. Es ist einfach richtig krass. Mutter benutzt immer einen Lip-Liner, der viel zu dunkel ist. Der ist einfach richtig dunkel. Ich habe jetzt hier einen zum Beispiel von P2. Auf jeden Fall ist das so der fertige Look. Ich muss ehrlich zugeben, Augen gehen voll klar, aber Lippenstift... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr findet hier meine zwei letzten Videos. Ihr könnt mich gerne abonnieren für mehr Videos. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi!